Z-95er. Hübsch. Der gehört ganz dir, Boat. Dachte mir schon, es könnte heiß werden. Ich sehe euch beide in der Luft. Bereit? Ah, es war ein tolles erstes Date, aber ich wurde noch immer nicht bezahlt. Peilsender? Der andere ist auf der Mantis. Wenn es wieder ruhig ist, komm zu mir und wir rechnen ab. Ja, klar. Ich kann dir vertrauen. Du kennst die Infos. Viel Arbeit vor uns. Hab mich wohl bewiesen, was, BD? Boat? Würde die Macht mit dir sein. Bist ein großartiger Kämpfer, Kerl. Mal sehen, wie gut du pflegst. Wie sieht's aus, BD? Oh. Was es auch ist. Es muss warten, bis wir in Sicherheit sind. Kein Verkehr. Das Portal wird wohl gewartet. Wenn wir oben sind, springt auf Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen's riskieren. Wir sind schon viel zu lange hier. Wir haben Gesellschaft. Auf mein Zeichen bremsen. Dann sind wir hinter Ihnen. Verstanden, Bravo. Gute Arbeit, Leute. Ich hoffe, das war der Letzte. Ich hasse lange Abschiede. Mehr Feinde. Ich stehe aus, um sie wegzulocken. Danke, Bord. Viel Glück. Dir auch, Kerl. Wir sehen uns. Ich hab sie nicht los. Festhalten. So kann man's auch machen. Das hab ich von dir gelernt. Das ist unser Oscar. Wir sind fast da. Von der Oberfläche kommen noch mehr. Und auch von hinten. Wir sitzen in der Falle. Wir haben ein paar Treffer eingesteckt. Machst du ne Diagnose? Ich verschick's, solange die Infos. Fertig. Hoffentlich sind die Infos vernotzen. Geschafft. Drehst du einen Holofilm? Hey. Ah. Dann lass mich aber gut aussehen, okay? Nimm meine Schokoladenseite, ja? Füße vor meinem Tisch, Kleiner. Gut. Wie wir erhofft haben. Dieses Buch ist eine Kopie aus dem Jedi-Archiv. Sehr gut, Fia. Ich wünschte nur, das Imperium hätte den Rest nicht bekommen. Hab Geduld. Dieser Krieg wird nicht schnell gewonnen sein. Und nicht allein durch uns. Die Galaxis ist riesig, Druide. Und ich sah längst nicht alles von dem, was sie zu bieten hat. Doch eines Tages gehe ich nach Datumir zurück und flüstere meinen schlafenden Schwestern, was ich lernte. Du bist nicht eingeladen. Weißt du, ich hole nicht aus dein altes Familienrezept wie das hier raus. Also, was sagst du? Merrin! Es ist gut. Könnte Salz vertragen. Zu viel Salz ist ungesund. Es ist kastlich, Grease. Dafür würde ich sogar Kredits bezahlen. Ach ja? Hey! Vielleicht sollte ich dir eine Rechnung stellen, Kerl. Ha, ha, ha! Ja, findet ihr nicht auch, dass es hier irgendwie verbrannt riecht? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Das Gyro ist hin. Na, Chaos hat ich. Ist irgendein Hafen in der Nähe, der uns nicht sofort ausliefert? No! Ha! Ja. Ruf das Cobor-System auf. Da hast du dich also niedergelassen. Irgendwo mitten im Nirgendwo. Ist vielleicht eine gute Idee, da unterzutauchen. Wenn jemand die Mentes reparieren kann, dann Grease Draytus. Glaubst du, wir schaffen's? Wir sollten aufräumen, bevor wir Grease besuchen. Du weißt ja, wie er auf Unordnung reagiert. Und... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Probieren wir einige andere Komponenten aus. Sollen wir es hiermit probieren? Wie wäre es hiermit? Könnte eine gute Veränderung sein. Wie sieht das aus? Es funktioniert und sieht toll aus. Sollen wir es hiermit probieren? Das sollte reichen. Mal sehen, wie es sich im Einsatz macht. Wir haben es fast geschafft. Gehen wir zum Cockpit. So was habe ich seit meiner Zeit auf dem Schrottplatz auf Bracker nicht mehr benutzt. Kroff hat sie mir gegeben. Cordovas Werkzeugkasten von Bogano. Das meiste ist wahrscheinlich noch drin und wartet auf jemanden. Die Federn dieses Shio-Vogels sollen Glück bringen. Das ist Gris Salzstreuer. Aber wo habe ich den Pfeffer hingestellt? Ich frage mich jeden Tag, ob meine Entscheidung richtig war. Ich frage mich jeden Tag, ob meine Entscheidung richtig war. Sobald so gut. Was ist das? Landen wir. Systemausfälle im ganzen Schiff. Hast du irgendwas? Wunderlich Triebwerke werden neu gestattet. Wir schaffen es nicht zum Hangar. Ich bring sie hier runter. Festhalten, Bede. Durchgeschmort. Ohne Reparatur fliegen wir nicht weiter. Okay. Wir sind hier. Das muss der Außenposten sein. Ich schätze, wir sehen endlich Gris Cantina. Okay. Komm mit. Das klappt entweder, Leute. Ist diejen mehrリœuf? Ja. Das klappt. Das war's. Sudden wir uns wieder headlineen. Vielen Dank.